Hier in der Traverne gefällt es mir gut. Was sagst du, Felix Sturmläufer? Mir geht es gut, Matthias. Schlag mich durch. Was ist deine Meinung, Simon? Das ist der süffigste Mädchen, den ich je getrunken habe. Oh, passt auf! Da ist Käpt'n Julien Schlangenauge. Halt auf! Es ist das Bild! Halt auf! 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 Halt auf!